Ja, moin liebe Borussen, super, dass ihr heute wieder dabei seid. Endlich ist die Länderspielpause vorbei. Gab ja auch nicht viel tollen Fußball zu sehen, von unserer Mannschaft zumindest. Ja, Bundesliga steht wieder an, Bremen steht an. Heute gibt es alle aktuellen News, wie ihr wisst. Am 10.10. habe ich Geburtstag noch 170 Abos, dann sind die 5.000 voll. Also lasst gerne heute wieder einen Daumen und ein Abo da, da freue ich mich riesig. Und heute gibt es was ganz Besonderes zu gewinnen. Am 4. November ist ein Freitagabend, spielt Stuttgart gegen unsere Borussia im Borussia-Park. Und es gibt ein VIP-Ticket zu gewinnen. Mich hat ein Zuschauer angeschrieben, der auch meine Videos guckt, der Simon. Und hat gesagt, hey, wir würden dich gerne mal bei uns in die Loge einladen. Das ist eine ganz, ganz besondere Loge, ich zeige euch gleich auch die Bilder. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, wenn du mir schon sowas anbietest, da freue ich mich riesig drüber. Und es gibt auch noch ein weiteres Ticket, das werde ich unter euch verlosen. Schreibt da einfach in die Kommentare, Simon gönnt. Und dann werde ich am Samstag im Livestream das Ticket auslosen. Voraussetzung dafür ist einfach nur, dass ihr 18 Jahre alt seid, weil es ein Freitagsabendspiel ist und ich kann nicht auf euch aufpassen. Aber ansonsten schreibt einfach rein, Simon gönnt. Und dann seid ihr im Lost-Pod sozusagen. Und es ist wirklich keine normale Loge, die Leute sind sehr, sehr cool drauf. Und ganz, ganz wichtig war Simon und mir auch nochmal zu betonen, ich und Simon stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis. Ich mache auch keine Werbung für Power-Account. Also so heißt die Firma von denen. Aber ich finde es eine ganz, ganz tolle Sache. Also die sammeln hier auch Spenden für Choreo, so sieht es aus. Ist eine richtig lustige Truppe, so wie es aussieht. Da hat Simon mir ein paar Bilder geschickt. Da habt ihr jetzt auch einfach mal einen Einblick, wie das da aussieht. Richtig, richtig cool. Ich glaube, von innen sieht es auch so aus. Ich freue mich schon riesig. Hier sind die Jungs und Mädels auch nochmal von innen. Richtig coole Sache. Wie gesagt, ich bin auch dabei. Dann trefft ihr mich, dann trefft ihr Simon vom Power-Account. Und dann trinken wir ein Bierchen und feiern dann hoffentlich den Sieg gegen Stuttgart. Wie gesagt, Simon gönnt in die Kommentare. Und dann könnt ihr mich treffen, Simon treffen in der Loge gegen Stuttgart. 4. November, 20.30 Uhr. Anstoß. Eine richtig tolle Sache. Danke Simon, dass du das ermöglicht hast. Und ja, kurz zur Länderspielpause. Ich sage gar nichts zu Deutschland. Aber, Moment, mein Gewinner der Länderspielpause ist dieser junge Mann hier. Borges Sanchez hat zweimal gespielt. Zweimal über 90 Minuten gegen die Türkei, glaube ich, auch ein Tor vorbereitet. Und gegen Litauen haben die auch über 90 Minuten gespielt. Sehr, sehr, sehr starke Partie gemacht. Genau, Litauen war es einmal unentschieden. Einmal sogar Einzelne gewonnen. Luxemburg. Also ich glaube, an dem Jungen werden wir noch extrem viel Freude haben. An Borges Sanchez. Also ich hoffe, er kriegt jetzt demnächst auch ein bisschen mehr Einsatzzeiten, wenn sich so ein bisschen die erste Helf eingespielt hat. Da haben wir wirklich einen Rohdiamanten auf der Bank. Ja, und ich hoffe, dass er wirklich jetzt demnächst regelmäßiger spielt. Für mich der Gewinner der Länderspielpause aus Borussensicht. Und Hofmann hat sich natürlich nicht verletzt. Und ich habe jetzt auch noch von keinem gehört, dass sich einer verletzt hat. Deswegen, ja, Jonas, Jonas, Ivandro Borges Sanchez für mich der Gewinner der Länderspielpause. Auch wenn er jetzt leicht angeschlagen ist. Und damit kommen wir zu PK. Oder beziehungsweise zur Kadersituation vom Spiel gegen Bremen. Borges Sanchez ist tatsächlich, also er hat eine kleine Reaktion gezeigt auf die Länderspielpause. Ist sie nicht verletzt, aber sein Einsatz ist trotzdem fraglich. Am Wochenende ist halt einfach nur so eine Muskelreaktion gezeigt. Da steht noch ein Fragezeichen hin, hat Falke gesagt. Plea ist wieder fit, aber ist definitiv noch nicht in der ersten Elf mit drin. Das hat Falke auch eigentlich so in der PK bestätigt. Aber es ist gut, dass wir mit Plea wieder eine Option mehr haben. Und Thuram hatte unter der Woche auch ein paar Probleme. Aber sein Einsatz sollte nicht gefährdet sein. Wird sich aber alles morgen im Abschlusstraining noch zeigen. Meine Aufstellung gegen Bremen wird auch erst morgen kommen. Dazu später mehr. Allgemein war es halt, das hat Falke auch gesagt, eine ganz, ganz schwierige Trainingswoche. Die Spieler, die da waren, waren teilweise angeschlagen. Und klar, jetzt kommen die Spieler zurück von der Länderspielpause. Ja, sind auch ein bisschen überpaced. Aber im Endeffekt dürfen wir das nicht als Ausrede nehmen. Das haben viele Mannschaften. Das gilt nicht. Am Wochenende gegen Bremen müssen Punkte her. Am besten drei. Vielleicht auch nur einen. Mein Tipp kommt morgen. Hat noch mal Kramer gelobt, dass er Kramer wirklich auf jeder Position sieht, außer im Tor. Ja, kann wieder auf der Zehn spielen. Ich finde, gegen Leipzig hat er es überragend gemacht. War für mich der Mann des Spiels. Und ja, jetzt können wir mal so einen kleinen Ausblick wagen. Schauen wir mal gerne rein. Also das ist die aktuelle Bundesliga-Tabelle. Du spielst jetzt gegen Bremen und Köln. Also quasi Tabellen-Nachbarn fast. Wenn du gegen Bremen gewinnst, setzt du dich halt schon mal gut mit sechs Punkten von denen ab. Ja, und dann kommt Köln im Derby, wo du auch eigentlich gewinnen musst. Also gegen Köln musst du gewinnen. Und dann hast du dich eigentlich oben erstmal festgesetzt nach neun Spielen. Dann mit 18 Punkten. Ja, aber wie gesagt, drei Punkte gegen Bremen und Köln. Sie jeweils sind natürlich nicht gesetzt. Da muss die Leistung einfach stimmen, gerade in Bremen. Ich glaube, gegen Köln zu Hause werden wir uns etwas leichter tun. Sage ich jetzt mal so im Derby. Dazu nächste Woche mehr. Ja, so sieht es aus. Mit vier Punkten wäre ich zufrieden aus den zwei Spielen. Sechs wären einfach überragend. Aber es wird jetzt noch, wird jetzt ein heißer Oktober. Definitiv. Wenn wir mal kurz in den Spielplan schauen. Ist am 16. Spieltag, ich glaube am 16. Spieltag, ist der Beginn der Rückrunde. Also es heißt 20.01. Und am 11.11. spielen wir gegen Dortmund. Das wird das letzte Spiel vor der WM sein. Dann haben wir über zwei Monate Pause, weil ja die WM ist. Dazu werde ich aber nichts machen. Da begleite ich lieber unsere Borussia. Mach da ein paar Videos zu. Und ja, es wird ein richtig spannender Oktober mit vielen Spielen. Auch Pokal gegen Darmstadt. Ja, und da wird sich dann zeigen, wo es hingehen kann. Ob wir die Leistung, die wir gegen Leipzig einwandfrei gezeigt haben, ob sich das bestätigt oder nicht. Wie gesagt, mit vier bis sechs Punkten wäre mein Wunsch aus den beiden kommenden Spielen jetzt. Aber wir wissen, Bundesliga ist kein Wunschkonzert. Damit habe ich meine Phrase auch untergebracht. Und dann kam unter der Woche noch ein Gerücht auf, dass Benze Baini eventuell zu Juventus Turin im Sommer geht. Im Sommer, im Winter geht. Da würden wir noch eine Ablöse für kassieren. Ich habe es schon öfters in meinen Streams gesagt. Ich glaube, es wird ein heißer Winter werden. Ja, und wenn wir für Benze Baini noch was bekommen, bist du natürlich im Zwiespalt. Das haben wir auch schon oft diskutiert. Ich glaube, ab einer gewissen Summe, ob es jetzt, sage ich mal, 10 Millionen sind, 8 Millionen. Also ich glaube, da fängt es dann schon an. Da müssen wir einfach anfangen zu überlegen. Auch wenn ich ihn nicht abgeben will. Der spielt bis jetzt eine überragende Saison. Ich bin selber überrascht, ein bisschen teilweise, wie stark er jetzt gegen Leipzig gespielt hat. Das war absolute Weltklasse für mich. Ja, muss man gucken. Auch mit Thuram muss man gucken. Auch in der PK hat sich heute Roland Wirkus dazu nochmal geäußert. Er glaubt noch dran, dass einige Spieler noch verlängern. Ich hoffe, Sommer wird demnächst mal folgen. Thuram wäre natürlich überragend. Aber das sind sehr, sehr schwierige Vertragsverhandlungen natürlich. Aber Wirkus glaubt dran und ist ja auch noch, bis zum Winter ist ja auch noch ein bisschen. Lass die Jungs sich erstmal oben festsetzen. Und ich glaube, dann wird Sommer kommen, Sommer verlängern erstmal. Und dann schauen wir weiter. Aber im Winter wird es spannend. Ansonsten haben wir Luca Netz noch in der Hinterhand. Ich traue dem sehr viel zu. Wir haben noch Joe Skelly, der auch auf der Position theoretisch spielen kann. Und Stevie Leiner nicht zu vergessen. Der kämpft um seinen Platz. Und für mich ist Stevie Leiner immer noch ein Kandidat. Jede Woche für die Startelf. Auch wenn Joe Skelly es wirklich gut macht. Aber mit seiner Mentalität wird er uns diese Woche noch, diese Woche, in dieser Saison noch sehr, sehr weiterhelfen. Wird auch noch einige Spiele machen. Das hat Farke auch betont. Und ja, in dem Fall von Benze-Baini-Abgang erst recht. Definitiv. Ich glaube, am Wochenende wird aber Farke eventuell auf die gleiche Elf setzen wie gegen Leipzig. Dazu morgen mehr. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Benze-Baini-Abgang halten würdet. Ob ihr es machen würdet oder nicht. Wenn da ein Angebot, sage ich mal, über 8 Millionen kommt. Und morgen gibt es dann die komplette Vorbereitung gegen Bremen. Es wird sehr, sehr spannend. Weil einer meiner jüngsten Zuschauer, der hat sich gewünscht, mal eine Aufnahme mit mir zu machen. Das werden wir morgen machen. Der Ben, der ist zwölf Jahre alt. Da freue ich mich riesig drüber. Schaltet dabei morgen gerne wieder ein. Ja, und jetzt denkt ans Gewinnspiel. Simon gönnt in die Kommentare. Und ihr seid im Lostopf für am 4. November gegen Stuttgart. Das wird richtig gut. Wie ihr kennt, zum Abschluss noch mal ein Discord. Hier könnt ihr nicht meinen Discord, sondern der Borussen-Discord. Hier könnt ihr euch über alle Themen austauschen. Mittlerweile knapp 800 Borussen. Hier gibt es Videos, Bilder aus dem Stadion, Tickets. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und ja, jetzt bin ich wirklich am Ende. Wir haben auch die 10 Minuten voll. Ich wünsche euch einen super Feierabend. Heute ist kleiner Freitag. Morgen ist Freitag. Trinkt schon mal ein Bier oder was ihr sonst gerne trinkt. Ich bin raus. Macht's gut. Ciao. Ciao.